herzlich willkommen wieder am einzigen punkt der wahrheit in der welt der wahren galilies eine sendung bei punkt preradovic ist erschienen wo dann auch die frage gestellt wurde ja wer sind die querulanten und wer sind die galilies also die frage wer sind die wirklichen denker der menschheit die was neues bringen die die galilies die kopernikus kepler galilies mendels darwins wolle ist es und die next scientists for future.de und wer die querulanten und ich muss leider antworten alles andere sind die querulanten ja die also wir denken nur daran als alle über die funktionsweise des lebens nachgedacht haben da gab es so leute wie lamarck die sich geirrt haben und die also als querulanten da irrtümer in die sache gebracht haben und es gab nur diese kleinen ausnahme grüppchen rund um charles darwin und der olfred russell wallace zählt noch dazu und die haben also die wahrheit über das leben gefunden und so ist es eben auch die einzigen echten galilies von heute sind halt nur die next scientists for future.de ja und das vom vom weltrad halt na ja und von daher und jetzt erst noch mal ein blick auf unsere tagesthemen die uns dann noch erwarten und unser tages bild muss auch noch gerückt werden ich glaube so können was lassen das tages bild ja das heißt also wir widmen uns jetzt erst mal wieder den kurznachrichten bevor wir auf die tagesthemen den tagesthemen teilkommen der lehrer mafü hat also über uns den world's council of wise people auch in seiner sendung berichtet und die findet ihr ihr wisst ja dass in den dass der sender news und talks für gebildete ja in allen seinen playlists ganz wertvolle auch sendungen ganz anderer quellen außer uns sozusagen sei es hoch lädt oder einfach in die playlists aufnimmt und da findet ihr also jetzt neu auch ich glaube in allen playlists die sendung vom lehrer mafü wo er eben auch über die next scientists for future.de spricht und ihr lösungskonzept so dass wir nie nie wieder darum geht es ja den next scientists for future dass wir nie wieder schweinegrippe nie wieder corona bekommen ja dann denn das ist ein durch die system fehler verursachtes phänomen ja und dann ist dann noch in der playlist also in der dritten playlist am ende auch eine mdr sendung drin über über gehirne und gehirnevolution da sind zwar sehr viele irrtümer drin aber man kann trotzdem was man daraus entnehmen kann ist dass wir eben wie das ist dass wir vor fünf millionen jahren ja eben alle noch auch so circa 450 milliliter gehirnvolumen hatten und dann heutzutage circa 1350 gehirnvolumen haben und das eben über mutation und selektion eben eben ständig ungleichheit bei den gehirn entstanden ist interessant ist der aspekt sozusagen dass sich die schädelgröße dass die schädelgröße sozusagen dem gehirnwachstum folgt also es wäre ja auch zu viel verlangt von der evolution dass zwei mutationen zeitgleich kommen sollten nämlich einmal die gehirnvergrößerungs mit mutation und gleichzeitig die die dazu passende schädelvergrößerungs mutation das ist so nicht geschaltet sondern die evolution hat das viel geschickter geschaltet wahrscheinlich reicht der ganz schwache druck eines etwas größeren gehirns beim neugeborenen sozusagen dass das knochenwachstum so lange weiter geht bis also sozusagen genügend platz auch für dieses gehirn dann da ist und dann erst schließt sich sozusagen der schädel und härtet aus was halt fehlt ist natürlich ganz klar die erkenntnis dass nur das gehirn nur so stark wachsen kann wenn die hand von der aufgabe des baumkletterns befreit wird und zu einer spezialisierte hoch spezialisierten technik hand wird nur dann kann diese technik hände so viel nahrung sozusagen ermöglichen durch technik dass ein so großes gehirn ein größer werden das gehirn auch überhaupt ernährt werden kann also wie gesagt zwei interessante neue sendungen in den playlist auf dem sender besonders in der dritten playlist am ende auf dem sender news und talks für gebildete dann hatten wir eine sendung mit dirk steffens und hirsch dr medeckard von hirschhausen ja und da vermute ich dass die sich auch wieder den üblichen irrtum präsentieren nämlich dass die zoonosen also die durch die von tier auf die menschen springenden viren oder bakterien und so weiter dass die wegen unseres eindringens in die natur zustande kämen das ist aber nicht so sonderlich wahrscheinlich denn dieses eindringen in die natur und die begegnung mit tieren die man dann tötet und so weiter ist eventuell ja sehr alt und und nichts neues also es ist nicht sehr wahrscheinlich also man bilder letztendlich wahrscheinlich sozusagen so eine kopplung herstellen zwischen ja wenn wir mehr naturschutz betreiben würden dann kriegen wir auch kein corona mehr dabei ist die war wirkliche formel wahrscheinlich dass wir aufgrund von markt und arbeitsteilung eben krank machende ernährung haben krankheitsförderliche medizin haben dadurch eine relative immunschwäche verglichen mit den tieren haben und wenn dann eben ein virus der angepasst ist auf die relativ größere immunstärke der tiere wenn der auf uns menschen überspringen trifft er auf eine zivilisations bedingte markt und arbeitsteilungs bedingte immunschwäche unsererseits und dann kann es natürlich zu gewissen problemen kommen sozusagen und dazu passt auch noch mal die sendung beim swr mit professor doktor professor klaus püschel dem obduzierenden arzt der sich nicht sehr mutig äußert aber immerhin auch sagt ja die leute die sterben an corona die haben eine gewaltige immunschwäche auch manchmal wegen der medizinischen behandlungen hört hört und eben auch viele krebskranke und so weiter also das heißt da das sind die überwiegenden menschen die sterben ja und dann haben wir professor drosten der soll mal gesagt irgendwie behauptet haben dass irgendwie wir durch die maßnahmen 3,1 millionen tote verhindert hätten ich vermute damit ist gemeint eher in ganz europa aber auch das würde noch bedeuten dass dann in schweden circa also drosten ja eigentlich uns prophezeit hat oder sagt dass wir in schweden 100.000 tote verhindert hätten aber in schweden gab es gar keinen lockdown und die viren hatten wie alle internetsendungen zeigten ganz freie bahn weil sie über die kinder und die schulkinder über die lehrer und deren partner und über die eltern der kinder völlig freien zugang zur schwedischen gesellschaft hatten also die virus wege waren alle völlig offen und warum dann nur 6000 tote wenn doch trosten sagt wir haben in schweden also oder in europa 3,1 millionen tote verhindert durch unsere schönen lockdowns dann müsste doch das land das keinen lockdown gemacht hat schweden dann ungefähr 100.000 von den 3,1 millionen toten abgekriegt haben ungefähr wo sind aber diese 100.000 tote es sind aber nur 6000 angebliche corona tote ja und da ist die wahrscheinlichkeit dass das in wirklichkeit gar nicht 6000 corona tote sind sondern viel viel weniger also das heißt eigentlich überzeugt mich das als naturwissenschaftlichen Denker nicht ich denke da liegt ein riesen Irrtum vor und aber man sieht wie grausam Irrtümer sein wahrscheinlich ja wenn man sich den zweiten Weltkrieg vorstellt wenn man sich klar macht dass auch das alles dieses Leiden ja nur das Produkt von Irrtümern war ja von von völlig verrückten Irrtümern war ja und genau so werden sich die Leute dort die vernünftigen Leute dort auch gefühlt haben dass also quasi tatsächlich Menschen die Irrtümer tragen und die dann auch noch Macht haben dass die einen quälen können bis aufs Blut ne und malträtieren können bis aufs Blut ne ja und dann muss ich dem letzten Telefonat mit Lehrer Mafi also dem Lehrer Mathematik Physik Lehrer Mafi auch Recht geben natürlich müssen wir auch die Lehrer generell besser bezahlen damit wir wieder fähigere Leute anlocken in den Lehrerberuf ja aber was jetzt Lehrer Mafi schwer fällt etwas zu verstehen ist dass auch das System verändert werden muss denn es ist einerseits wichtig mehr Geld verlieren damit fähigere den Lehrerberuf ergreifen aber dieses Desinteresse an dem Schicksal der Kinder muss eben durch gezielte Anreize verhindert werden sodass der Lehrer dann auch wirklich ein Interesse daran hat nicht möglichst dass möglichst viele Kinder möglichst wenig lernen und dann möglichst lange unterrichtet werden müssen damit das Lehrertum sich aufbläht und der einzelne Lehrer darin eine maximale Karriere machen kann sondern die Anreize müssen so gesteuert werden dass der Lehrer sagt ich will mit so wenig Unterrichtsstunden wie möglich den maximalen Nutzen für die Kinder und für die Gesellschaft erzeugen und das geht nur durch die Korrektur der Fehlanreize ja und in Indien haben es die Leute begriffen da kam so ein Satz in einer Sendung als Überschrift Corona will not kill us but government will ja also das heißt die Maßnahmen werden dazu führen dass wir verhungern müssen während Corona uns nicht umgebracht hätte kluge Erkenntnis in Indien ja und dann haben wir noch die Tagesthemen ja also ganz kurz gesagt Gefährlichkeitsüberschätzung also Markt und Arbeitsteilung führen dazu zwangsläufig dass Irrtümer sich als gewinnbringende Irrtümer erweisen also zum Beispiel die Überschätzung der Gefährlichkeiten von Viren und Bakterien führt dazu dass der Arzt einfach mehr Behandlungen verkaufen kann und deswegen setzen sich in der Evolution der Medizin und Pharmazie setzen sich solche Irrtümer also Gefährlichkeitsüberschätzungs Irrtümer generell als gewinnbringende, vorteilbringende und karrierefördernde Irrtümer zwangsläufig durch also unter Bedingungen von Markt und Arbeitsteilung die besonders Dr. Markus Krall befürwortet besonders er befürwortet ja den freien Markt das führt dann zwangsläufig also führt ein ungelenktes Markt und Arbeitsteilungsgeschehen zur massenhaften gehirnwäschemäßigen Ausbreitung von gewinnbringenden Irrtümern der verschiedenen Teilbereiche der Gesellschaft und die zerstören unser gesamtes Leben so wie jetzt eben diese Gefährlichkeitsüberschätzung unser Leben total quält und zerstört und das Dilemma ist dass auch Sarah Wagenknecht, Ken F. M., Bodo Schiffmann nicht viel besser sind als Markus Krall da sie eben nicht verstehen auch Rüdiger Dahlke nicht versteht dass es immer das Gleiche ist Corona und Schweinegrippe sind die zwangsläufigen Folgeerscheinungen von ungelenktem Markt und ungelenkter Arbeitsteilung Punkt und solange sie das nicht verstehen wird ihr Wirken auch nicht positiv für die Menschheit leider sein können was nützt es wenn Sarah Wagenknecht darüber spricht, dass wir umverteilen sollten mehr Geld von den Reichen zu den Ärmeren wenn sie nicht erkennt, dass wir dass die Situation der sozialen Marktwirtschaft generell beenden müssen dann ist das eine nutzlose Idee denn alle Übel der Großteil aller Übel kommt nicht aus einem Mangel an Umverteilung sondern daran dass eben dadurch, dass die Wohlfühlstimme die Gesundheitsdaten die Langlebigkeitsdaten und die Wirtschaftswunderdaten fehlen und dadurch die Wirtschaft nicht dem Menschen dient sondern der Mensch der Sklave der Wirtschaft sein muss und das wird ja nicht verändert wenn ich Umverteilung betreibe ich verändere ja nicht das Grundproblem dass die Wirtschaft eben nicht mir dient sondern ich der Sklave und das Anhängsel der Wirtschaft bin und ja das das erkennen alle das erkennt auch Greta Thunberg nicht hier fehlt ein G weil wir nicht genug Buchstaben haben und Fridays for Future erkennt das auch nicht also solange diese nicht erkennen dass man sozusagen niemals sozusagen das Problem lösen wird können weil eben Markt und Arbeitsteilung noch Millionen andere negative Folgeerscheinungen haben als nur ein Klimaproblem das ist nur ein winziges Symptom davon dass Markt und Arbeitsteilung so wie sie bisher laufen alles umbringen werden ja und das lässt sich nicht aufhalten das können nur die nextscientistsforfuture.de ja und wie gesagt alle die an alle die Schweinegrippe und Corona als eine Qual für uns empfinden ja da habt ihr ja alle recht aber solange ihr euch nicht nachdenkt über Markt und Arbeitsteilung ungelenkten Markt und Arbeitsteilung und solange ihr euch nicht intensiv dem Studium der next scientists for future zuwendet hier also Unterabteilung vom The World's Council of Wise People ja solange wird nichts besser werden sondern es wird immer nur noch schlimmer werden und das sagen euch die besten über besten über 20 Professorinnen und Professoren der Erde die die echten Galilees im Gegensatz zu all den Querulanten die leider nichts drauf haben ja und dann vielleicht zum Schluss noch mal wieder könnt ihr noch mal wieder durchlesen die Liste das sind die Dinge die wir einerseits gerne in unseren Talkshows hätten weil sie teilweise nicht nur Irrtümer bringen sondern auch ein paar kleine Wahrheiten dabei haben also bitte schön hier mal in Ruhe durchlesen ja alle herzlich eingeladen in die Talkshows aber dann bitte mit dem Mut dass über auch über die Irrtümer gesprochen wird denn wenn wir nicht langsam zu einer Einigung kommen dann wird die Welt irgendwann schneller kaputt sein als dass sich die ganzen zersplitterten Krüppchen geeinigt hätten ja tschüssi das war's bis bald das war's das war's ein das war's über das war's Vielen Dank.